Ja, erstmal denke ich, dass wir verdient gewonnen haben, dass wir die spielerisch bessere Mannschaft waren mit mehr Ballbesitz und das im Auswärtsspiel im Pokal ist natürlich eine schöne Sache für uns. Ja, okay, aber mit 2-0 hat man schon eine Möglichkeit, um das Spiel zu kontrollieren. Das haben wir auch gemacht. Wir waren glücklich mit dem 2. Tor, glaube ich, am Ende in 88 Minuten mit dem Handspiel. Also, vor allem können wir vor extra, auch vor straflos. Aber insgesamt kann man nur sagen, dass wir die bessere Mannschaft werden und eigentlich hätten wir das 3. Tor machen müssen. Ich denke, genauso wie im letzten Spiel gegen Paderborn haben wir es einfach souverän gespielt und ja, von Anfang an waren wir da, wir waren aggressiv, gut in den Zweikämpfen und ja, unser Umschaltspiel war einfach wieder besser und das Gute im Moment ist, dass wir uns jetzt auch endlich wieder belohnen. Die Chance von 60 ist ein Weitschuss. Da kann man hinten relativ wenig machen, aber es hat Manuel super rausgeholt und deswegen sind wir hochverdient als Sieger hier vom Platz gegangen. Natürlich müssen wir das dritte Tor nachlegen. Ich habe auch mit Thomas schon gesprochen, dass er vielleicht nächstes Mal querlegt, wenn ich den weiten Weg mit nach vorne gehe. Aber alles gut, wir haben gewonnen, deswegen sind alle glücklich. Also, wir haben im Prinzip von der ersten Minute an klar gezeigt, dass wir hier eine Runde weiterkommen wollen und das auch schon in möglichst 90 Minuten und ja, haben die ersten 20 Minuten wirklich also wunderbar gespielt, haben alles im Griff gehabt, dann 60 ein bisschen aufgekommen und machen wir genau zum richtigen Zeitpunkt das 1-0 und legen das 2-0 nach und ja, dann haben wir es sehr, sehr gut in der zweiten Halbzeit runtergespielt, hätten noch den anderen Konter vielleicht früher verwerten können. Aber wie gesagt, es zählt nur das Weiterkommen, ab am Ende 2-0 oder 6-3, das ist Wurst. So ein Sieg gibt natürlich nochmal Aufschub. Heute wussten wir, dass 60 ein starker Gegner ist. Wir haben uns davor schon vor Probleme gestellt im Punktspiel. Ja und heute wussten wir, was auf uns zukommt. Wir haben dagegen gehalten und haben dann verdient gewonnen. Ganz ehrlich, ich springe hoch. Die Hand ist auch dabei, aber ich berühre den Ball, glaube ich, erst mit dem Kopf und der Pfosten ist auch noch dabei. Also für mich ist es ein reguläres Tor. Hätte er mich gefragt, denke ich, dass ich das auch so geantwortet hätte. Ja, ich fand das auch nicht ein leichtes Spiel wie gegen Paderborn, obwohl wir auch natürlich 200 geführt haben. Aber man sieht, dass die Form wieder zurück ist. Wir spielen etwas leichter, dann vor der Zeit. Ich habe nie gezweifelt an der Einstellung von den Spielern. Ja und nur Heidenheim. Die erste Halbzeit war auch das Selbstrat vielleicht ein bisschen weniger. Aber danach haben wir eigentlich auch immer gute Spieler gemacht. Heidenheim haben wir gewinnen können. Ja und natürlich, Paderborn ist natürlich auch gut selbstvertragend. Diese drei auch. Weiter im Pokal. Also ich hoffe, dass wir auf passende Weise das letzte Spiel machen. Ich denke, dass das 60 am Ende noch mal alles versucht hat, dass er viele Offensivspieler auf dem Platz hatte. Aber wir standen defensiv sehr gut, haben wirklich nicht zugelassen. Ich glaube, eine große Chance direkt nach der Halbzeit. Der Schuss von Adlung, den Manuel Riemann super hält. Also wirklich klasse. Und ansonsten denke ich, haben wir das Spiel schon kontrolliert. Ich denke, ich hatte die letzten Wochen ein paar Dinge auf dem Fuß legen, wo ich nicht gemacht habe. Heute hat es endlich mal wieder geklappt und es freut mich natürlich riesig, dass es auch mit dem Sieg funktioniert hat. Wir können noch höher gewinnen, wenn wir in der zweiten Halbzeit die Konter besser ausspielen. Aber über 90 Minuten gesehen muss, dann sagen wir, klar, verdient gewonnen. Ich habe schon gute Gespräche gehabt mit Christian und mit Engelbracht. Die wissen, wie ich denke, wie ich darüber denke und was kommen wird, was kommen geht. In den Ferien werde ich noch mit meiner Freundin sprechen über einige Sachen. Ja, und dann nach den Ferien muss man auch mal Ja sagen oder Nein sagen. Also ich habe es, es gefällt mir beim VfL. Es gefällt mir mit Leuten, die ich an der Arbeit bin. Ich glaube schon, dass da schon eine Chemie ist zwischen mir und der Gruppe. Ja, mühsam ist vielleicht die Relation mit der Presse. Nicht mit dir, Günther, aber da sind einige. Das ist schon schwierig, aber das wird nicht bestimmend sein, ob ich bleibe. Ja, oder Nein? Wir haben uns ja als Mannschaft nie so nervös gemacht, wie es teilweise gemacht wurde. Wir haben guten Fußball gezeigt, haben einfach nicht die Tore geschossen. Das war jetzt die letzten zwei Spiele anders und auch mal mit zwei Toren in Führung gegangen und dann lässt es sich natürlich leichter spielen. Aber ich denke, dass wir auch vom Mannschaftsgefüge her eine gute Reaktion gezeigt haben auf die letzten Wochen. Und jetzt wollen wir natürlich in Duisburg auch noch gewinnen. Jeder von uns hat Bock, jetzt natürlich in Duisburg nachzufliegen. Wir haben jetzt die letzten zwei Spiele gewonnen und wollen natürlich auch in Duisburg gewinnen. Ja, ich habe ja vorher schon gesagt, dass wir jetzt aus den letzten drei Spielen möglichst drei Siege holen wollen. Dann sieht es nicht nur gut, sondern wirklich sehr gut aus. Und ja, in Duisburg gibt es kein anderes Ziel außer drei Punkte. Und ja, mit dieser Vorgabe an uns selber fahren wir auch Sonntag dahin und wollen dann natürlich gewinnen. Ein sehr unangenehmer Gegner. Es ist ein Derby. Ich glaube, die Hütte wird voll sein. Und ja, es wird ja schon viel geschrieben, dass es fast ihre letzte Chance ist. Deswegen ist das sehr unangenehm, dort zu spielen. Danke Felix! Und wir werden trotzdem probieren, unser Spiel durchzuziehen und dann drei Punkte dort zu holen.